Also in der Ausbildung wird man sehr gut entlohnt, besonders in dem Chemiezweig, damit kann man sehr gut leben. Wenn man sich in der Schule schon für den naturwissenschaftlichen Zweig interessiert hat und Papa den Schraubenschlüssel aus der Hand geklaut hat, dann ist man hier genau richtig. Hier sind alle hilfsbereit, also wir haben ein sehr starkes Team in unserer Branche. Nutzt die Hilfe, fragt nach und dann klappt das. Die Mittelstufe bereitet euch nämlich sehr gut darauf vor.